es ist wieder freitag der tag an dem wir sehr viele releases bekommen aber auch sehr viele neue informationen unter anderem wissen wir dass nächste woche das neue album von oxymoron kommt und an dem selben tag kommt ein neues album von ramirez raus der nächste woche erwartet uns eine sehr crazy woche da bin ich echt drauf gespannt auf die nächste woche unter anderem auch noch haben heute ein neuer clip von die buddha und diesen clips schauen wir uns auf jeden fall mal zusammen an oh 4k 4K Das ist geil Porsche Logo und hier steht OG Buddha Das ist geil 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 Du hast nicht 불�gegst, aber wir verteidigen dir Du bist mein Freund, malum, f***, mein Mann, ich bin ein Freund Du sagst ja, ich bin ein Neugier, aber ich bin ein Freund Doss ich jetzt einfach so, mein Freund und ich habe es um Ich weiß auch nie, dass ich meinen Freund Nein, ich kann nicht mit dir sprechen, das está guckt, du ist ein Freund Ka galera 2, sta Claus zu sagen, nicht so und ich will Ich bin so cool, ich bin so cool, ich bin so cool Das war's für heute. Mein Freund ist viel zu viel zu spüren, wenn ich mich nicht mehr so Sie sagen, dass ich mich nicht mehr so viel zu spüren, wenn ich mich nicht mehr so viel zu spüren Kötle für 5 lammes und nicht Xiaomi Ich, Freund, auch, weil ich meine Köln auch noch nicht mehr so viel zu spüren Ich kann nicht mit dir, du bist eine Schade, du bist ein Köln Ja, oh, 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 oh K Char ré Sumo Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich bin gerade sprachlos. Woher kommt auf einmal so ein Clip? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh, G-Budda. Oh, shit. Oh, G-Budda. Bis zum nächsten Mal. Das könnte ein Trailer für FIFA sein. Um zu zeigen, dass FIFA voll der Schrott ist. Das ist so, glaube ich, so soll eine Metapher so sein. Von wegen, alle sind auf demselben Feld, alle spielen dasselbe Spiel, nur OG-Budda nicht. Alle Rapper sind in demselben Genre, machen dasselbe, nur OG-Budda nicht. Bis zum nächsten Mal. 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 Jesus Christus, was war das für ein Clip gerade? What the hell? Was, was, was droppt hier gerade, OG-Butter? Woohoo! Crazy Clip. Ich weiß, wie die Stimme brutal, projiziert eine Welle, die du bist, erreißt, Funk ist in die Luft, wo du Hure schluckst, nur Boss auf der Haut, wie ein Rauch in der Pust, deine Gruppe und Tricks, alle so Chinesisch, die drei Minuten, ein Stipp zu dem Käfig, Kremper suchen, eine Gang wie ein Mexikaner Gangs.